Hallo, Thema Nummer 5, Nahrungskette und Balance der Nahrungskette. Nachzulesen auf den Seiten 112 bis 113. Statt dem Begriff Nahrungskette, finde ich den Begriff Nahrungspyramide eigentlich ein bisschen besser, weil es ist ja meistens so, man hat hier ein Lebewesen und das frisst verschiedene andere Lebewesen hier und die fressen dann wieder andere Lebewesen. Und dann bildet sich ja so eine Pyramide raus. Ich habe das hier mal ein bisschen schöner dargestellt, hier unten die schöne Pyramide und ganz oben auf der Pyramide steht der Mensch mit seiner Krone auf dem Kopf, weil er die Krone der Schöpfung ist. Was bedeutet es aber wirklich hier auf dieser Pyramide zu stehen? Tatsächlich heißt das, dass der Mensch von allem, was hier unten ist, abhängig ist. Ich will mal ein einfaches Beispiel dazu machen. Gehen wir mal davon aus, dass hier ein Lebewesen ist und das stirbt jetzt einfach mal komplett weg und dann stirbt natürlich auch alles komplett weg, was davon abhängig ist. Das heißt auch dieses hier. Und jetzt gucken wir, das Lebewesen, was da oben drüber ist, das ist jetzt nicht komplett von dem abhängig, ist ein bisschen hiervon, ein bisschen hiervon abhängig, aber vielleicht werden sich ein paar, die Zahl wird sich ein bisschen dezimieren, wird ein bisschen weniger werden wahrscheinlich. Und das ist auch ganz okay so, das passiert immer mal, das wird dann von der Natur ausbalanciert. Das Problem ist halt, wenn irgendwie was Größeres passiert. Wir sehen schon hier unten diesen riesigen Balken, gehen wir mal davon aus, der stirbt uns komplett weg. Und wir sehen schon hier, da sind einige Lebewesen, die ausschließlich davon abhängig sind, zum Beispiel sagen wir, das ist Plankton, dann sterben natürlich auch diese Lebewesen alle komplett weg und entsprechend stirbt natürlich auch der Kram hier oben weg und auch dieser hier. Und jetzt sieht man, ah okay, der wird hier noch ein bisschen getragen von diesem hier, aber tatsächlich ist dieser riesige Balken ja hier ganz schön von dem Ganzen hier abhängig. Das heißt, es wird zumindest eine riesige zahlenmäßige Verringerung geben. Und wenn jetzt auf diese Weise hier einfach genug zusammenbricht, dann bröckelt das ganze Ding durcheinander und der Mensch stirbt weg. Okay, aber mal ein konkretes Beispiel dazu. Wir haben hier zum Beispiel pflanzliches Plankton und pflanzliches Plankton wird von tierischem Plankton gefressen und tierisches Plankton wird von kleineren Fischen gegessen und kleinere Fische werden von größeren Fischen gegessen und größere Fische von Menschen. Was passiert, wenn jetzt das pflanzliche Plankton weg stirbt? Dann sterben auch irgendwann die tierischen Planktonen weg und dann können auch die Fische nichts mehr essen und dann haben wir auch nichts mehr zu essen. Deswegen ist es so wichtig, diese Kette im Blick zu halten, dass nichts weg stirbt, was wir eigentlich wirklich brauchen. Aber es ist nicht nur wichtig, einfach die Art zu erhalten, sondern die Balance ist auch relativ wichtig. Die Balance ist ja überall wichtig im Leben. Wir machen mal hier ein Beispiel. Wir haben hier eine Kieselalge und diese Kieselalge wird von verschiedenen Tieren gegessen und die werden wieder gegessen, die werden wieder gegessen, die werden wieder gegessen. Wir haben also irgendwie auch so eine Nahrungskette hier, die immer weiter nach rechts geht und irgendwann frisst dann der Fisch was. Das heißt, kurz gesagt, aus der Kieselalge entsteht quasi ein Fisch. Und ganz genauso haben wir hier eine Geißelalge. Erkennt man daran, dass sie eine Geißel hat. Sind übrigens bei des Planktonarten. Und wir haben hier genau das gleiche Ding. Wir haben also viele Tiere, die das essen und dann geht die Kette immer weiter. Und am Ende kommt eine Qualle raus. Also aus der Kieselalge wird ein Fisch, aus der Geißelalge wird eine Qualle. Jetzt braucht aber die Kieselalge und die Geißelalge auch was zu essen. Wir sagen einfach mal, die Kieselalge braucht, ich habe das mal so dargestellt, 1 Nahrung, bisschen wie in so einem RPG-Spiel, und 1 Silizium. Ist ja Kiesel. Und die Geißelalge, die hat aber keinen Kiesel, deswegen braucht sie einfach nur 1 Nahrung. Dann gucken wir doch mal, was wir im Angebot haben. So, wir haben 2x Silizium und 4x Nahrung. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass beide mit der gleichen Geschwindigkeit fressen. Dann wird das hier und das hier von der Kieselalge gefressen. Und die 2 hier werden von der Geißelalge gegessen. Was wir also kriegen ist 2 Kieselalgen, 2 Geißelalgen und entsprechend 2 Fische und 2 Quallen. So, was passiert jetzt, wenn wir kein Silizium mehr haben? Dann stirbt uns natürlich die Alge weg und dann stirbt uns natürlich auch der Fisch weg. Und im Gegenzug, was ist, wenn wir jetzt 4x Silizium haben? Dann verändert sich nichts, wir bleiben bei 2, wir zu 2, weil die fressen ja mit der gleichen Geschwindigkeit. Und während diese 2 Dinger hier von der Kieselalge gefressen werden, werden diese 2 hier schon von der Geißelalge gefressen. Das heißt, die Kieselalge hat gar keine Chance mehr, hier die zu verwenden, weil es ist keine Nahrung mehr da. Das heißt auch, dass wir niemals mehr Fische als Quallen haben werden. Aber gut, weiter in der Simulation. Wir geben einfach mal mehr Nahrung dazu und gehen wieder zurück hier mit dem Silizium 2. Wir geben mehr Nahrung dazu und was wir bekommen ist, die 2 hier bleiben oben bei der Kieselalge und die 4 sorgen dafür, dass wir 4x Geißelalgen haben, da kommen 4 Quallen raus. Wir geben noch ein bisschen mehr Nahrung dazu. Wir haben jetzt 6 Geißelalgen und 6 Quallen. Und wir geben nochmal mehr Nahrung dazu und wir haben viel mehr Geißelalgen und viel mehr Quallen. So, und jetzt gehen wir nochmal zurück in die Realität und gucken uns nochmal an, okay, was war das? Wir gehen mal hier oben hin. Was war das hier? Das war Nahrung, habe ich gesagt. Das könnte aber zum Beispiel sowas sein wie Phosphor oder Stickstoff. Und jetzt gucken wir uns an, was wir in den Meeren machen. Also, wir gehen erstmal kurz zur Landwirtschaft und die Landwirtschaft, hier ist die Landwirtschaft, die hat ihre Felder und die düngt ihre Felder mit Phosphor und Stickstoff. Überdüngt dann meistens, das fließt dann in die Flüsse, das fließt dann irgendwann in die Meere. Das heißt, wir haben in den Meeren immer mehr Phosphor und Stickstoff. Die Meere werden quasi von unserer Landwirtschaft gedüngt. Und wer düngt mit Silizium? Eigentlich keiner, nein. Deswegen bleibt die Menge an Silizium im Meer gleich. Ich hoffe, ihr stellt was fest. Und es scheint wohl tatsächlich so zu sein, zumindest laut dem Buch, dass wir immer mehr Quallen haben. Was der Autor des Buches darauf zurückführt, dass wir eben so viele Geißelalgen herstellen, dadurch, dass wir die Meere quasi düngen. Das soll es auch schon gewesen sein. Fragen, Kommentare in die Kommentare. Vielen Dank fürs Schauen.